Da hinten Oh shit Nein Wo hast du die Medaillons eingesetzt? Was? Unten in das komische Viech, das in der Mitte steht Einfach alles. Sie versuchten den Virus in mir zu erforschen. Das gleiche habe ich nach Raccoon City durchgemacht. Und beim zweiten Mal war es genauso scheiße Scheiße. Tut mir leid Drei fehlen noch Was fehlen noch? Drei, oder? Ach du hast die jetzt eingesetzt Ja 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 Das sind mir ein bisschen zu viele von den Viechern Vor allem, vor allem weil ich keine Munition mehr habe Er braucht schon Munition, das ist ja was für Anfänger Ja 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 Schicke Bude Ja 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 Oh mein Gott, das ist ein Lobos. Jetzt drei Medaillen, wir haben jetzt drei Medaillen, wie viel brauchen wir noch? Oh, ich hab schon... Oh, scheiße, hey. Hier hört es nicht auf, hier spawnen unendlich viele Gegner, oh du scheiße. Das Klavier kann man sich irgendwie anschauen. Okay, darf ich dich bitte furzen? Ich hab immerhin dafür gesucht, dass eine so eine scheiß Medaillen hier auftaucht. Ich hab noch eine, oder hast du eine? Ja, jetzt haben wir sechs Stücke, das muss jetzt aber langen. Nein! Das ist ja irgendwie ein Problem. Ich nicht? Ja. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. I know what I'm doing. I know what I'm doing. Was ist das? Daten ihrer Experimente. Also gut. Alles ist da. Ruf doch deinen Boss an. Ich bin's. Sherry Birkin. Ja. Ihnen geht's gut. Wir wurden inhaftiert. In einer Anlage. In China. Wirklich? Okay. Ich schicke dir die genauen Vorordinaten. Sie sind bereits in China. Es ist vorbei. Okay. Ja. Da hat man wieder was zerlegt. Ich hab noch keine Ahnung, was da wieder los ist. Ja. Mal den Weiten so hier. Ich muss mir noch eine Zwischensequenz anschauen. So, sie ist fertig. Wir waren dann zum Glück gleich beim Kontrollpunkt. Wir sind in den Raum reingegangen und da stehen wir jetzt drin. Und jetzt hol ich dich wieder rein.